Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und wir haben heute einen weiteren Tag in unserer 30-Tage-Podcast-Challenge. Ich bin so im Tunnel, ich habe keine Ahnung, welchen Tag wir haben. Ihr werdet es wissen. Ich werde es nachher auch rausfinden. Und ich habe total Lust heute auf diese Podcast-Folge, denn die Folge heißt Der Podcast als Spiegel deiner Personal Brand. Oder ich wollte gerade sagen, so im Kopf hatte ich, als Spiegel deiner Persönlichkeit. Super wichtig, denn ich bin der Meinung, so einen Podcast machen, hey, so ein paar YouTube-Videos, ein bisschen Leidenschaft, ein bisschen Engagement, ein paar Nachtschichten, läuft. Das kann man sich irgendwie beibringen, autosidaktisch. Aber das mit der eigenen Marke oder dem Aufbau einer eigenen Marke zu verbinden, das ist nochmal eine ganz andere Challenge. Wie du dein Unternehmen damit vorantreiben kannst, ganz egal welche Größe, Konzernebene, Mittelständler, Einzelunternehmer, völlig egal, das würde ich heute mit euch hier mal so ein bisschen untersuchen. Kurzes Intro, wie gesagt, musikalische Natur. Und dann geht es los hier. Bis gleich. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Oh, jetzt kriege ich bestimmt gleich ein paar Anrufe von meinen Klienten, die dann sagen, was hast du gerade gesagt? Podcast super easy? Hey, ich nehme es in Thailand zurück. Es ist schon ein bisschen komplexer, als jetzt nur eine Voice via WhatsApp zu schicken. Klar. Aber ich glaube, die eigentliche Challenge im Podcasting ist tatsächlich die Kombination von Personal Branding und Podcasting. Also der Podcast als Vehikel, der Podcast als Bühne für deine Personal Brand. Und dass das aus einem Guss sein muss, leuchtet uns relativ schnell ein, wenn wir so an früher denken. Wir haben Marken gebaut, wir haben irgendwie eine tolle Visitenkarte gehabt, dann passte der Briefbogen zur Visitenkarte. Ja, wenn wir so gerade ganz frisch die Marke aufgebaut haben, waren natürlich auch die Broschüren und Tüten, die Lanyards, die Werbemittel, die Tassen, alles Branding, alles aus einem Guss. Also wenn das eine kraftvolle und qualitativ hochwertige Marke war, dann war das irgendwie ein Bild. Und jetzt ist die große Frage, wie zauberst du dieses Bild in einer Audiospur? Das ist ein großes Ding. Und die Professionalität im Produktionsprozess, das ist der erste Eindruck. Also wie klingt deine Stimme? Und damit meine ich nicht, magst du deine Stimme? Sondern wie klingt deine Stimme? Bist du in der Lage, so mit der Tonalität so ein bisschen zu spielen, um klar zu machen, dass hier auf der anderen Seite eine echte Person sitzt? Kannst du auch mit den Versprechern und Fehlern leben, die zwangsläufig für mich reingehören in so eine Tonspur, weil das das wahre Leben ist, weil das eine authentische Marke ist? Professionalität auch und damit erster Eindruck, dass du, wenn du einen Podcast startest, unbedingt ein Intro machen solltest. Unbedingt. Das kann selbst eingesprochen sein, mit einem coolen Sound dahinter, irgendwas, was zu dir passt, wo du einfach selber irgendwie jedes Mal eine Gänsehaut bekommst. Jetzt gerade, wo das Intro lief, hey, das ist Gänsehaut für mich. Das muss nicht für jeden passen. Andere sagen, kam ja immer mal wieder gerne, hey, kannst du ein anderes Intro machen? Das reißt mich immer so aus meinem Sitz. Aber genau das ist die Aufgabe dieses Intros. Uns alle, mich eingeschlossen, einfach mal so aus dem Sitz rausreißen, um mal eine andere Perspektive einzunehmen. Also professionellen Auftritt in der Audioaufnahme, in deinem Podcast, super wichtig. Das hat auch viel mit den ganzen Themen, die wir jetzt in den vergangenen Tagen besprochen haben, zum Beispiel Vorbereitung eines Interviews, sich für jemanden interessieren. All das zahlt letztendlich auch in deine Werte-Matrix, in deine Personal Brand ein. Und wie toll das ist, also ich bin echt begeisterter Podcaster, muss ich echt sagen, wie toll das ist, das alles in ein Audioformat zu kriegen, wo du dich wirklich darauf konzentrierst, was du jetzt sagst, wie du es sagst und dass das vor allen Dingen für euch auch unterhaltsam ist, die ihr da jetzt zuhört, das ist eine große Herausforderung. Weil ich habe kein Bild. Ich kann jetzt hier nicht irgendwie was Lustiges hochhalten, sondern ich muss das jetzt alles hier mit der Stimme machen. Also, ich nehme es nochmal ein bisschen zurück. Podcast produzieren. Mag sein, dass es auf technischer Ebene da den einen oder anderen Hack gibt, eine eine oder andere Abkürzung natürlich. Und das kann man sich sicher auch bei YouTube aneignen. Aber es ist natürlich ein Lernprozess und es ist auch eine gewisse digitale Kompetenz, die man sich da aufbaut. Weil natürlich die Vermarktung oder auch die Geschäftsmodelle, Monetarisierungsmodelle, all das, was mit dem Podcast zu tun hat, das muss ich natürlich erstmal draufkriegen. Das muss ich mir natürlich erstmal aneignen. Und ich finde es auch super wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, unabhängig davon, ob ich am Ende das operativ umsetze oder ob ich es delegiere. An virtuelle Assistenten, an meine Mitarbeiter, völlig egal. Aber dass ich mich mit dem Thema Podcast auseinandersetze und auch weiß, wie das Ding entsteht beziehungsweise wie so eine Post-Production aussieht, all das finde ich einfach extrem wichtig, um zu verstehen, warum zahlt das, was am Ende produziert, online geht und live ist, für die Leute hörbar ist, warum zahlt das in meine Marke ein? Deswegen und an alle, die da draußen ihr jetzt da zuhört und vielleicht selber Coaches seid, ist mir so eine gewisse Ernsthaftigkeit in der Arbeit am Thema Personal Branding und Podcasting so extrem wichtig, dass ich ein, es ist glaube ich ein ewig langes Formular, angelegt habe, für die Leute, die mit mir arbeiten wollen. Ich will in diesem Formular wirklich wissen, ob die Leute wirklich Lust haben oder ob es jetzt echt nur so eine Randerscheinung ist von wegen, ich brauche jetzt noch einen Podcast, weil ich habe schon alles andere, ja, jetzt machen alle Podcasts, jetzt brauche ich auch einen, oder ob sie sich wirklich Gedanken dazu gemacht haben. Wenn ihr Lust habt, ich packe mir die Schorlons das Formular rein, klaut das alles, kopiert euch das, übertragt das in euer eigenes Formular, also es ist quasi ein Anfrageformular für ein Coaching und ich finde es einfach extrem wichtig, vorab von den Leuten schon mal die Bereitschaft zu erkennen, zu investieren, vor allem Zeit, also sich hinzusetzen, so ein Formular, sich einen tollen Kaffee zu kochen oder eine heiße Schokolade und dann dieses Formular einfach mal durchzugehen und dieses zeitliche Invest auch in sich selbst zu investieren, ja, also nicht nur in mich, dass ich das dann am Ende alles lesen kann, sondern auch in sich selbst zu investieren. Für mich immer wieder ein großes Thema, immer wieder auch die Frage, hey, wenn wir zusammen arbeiten, was kommt denn am Ende raus, ja, ich bin erst bereit zu investieren, wenn ich weiß, was das Ergebnis ist. Leute, so funktioniert das Leben leider nicht, nämlich genau andersrum wird ein Schuh draus. Ich muss erst investieren und dann darf ich Ergebnisse erwarten, dann darf ich auch Erfolge erwarten und ich habe noch niemals erlebt, in meiner Klientschaft, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, wenn ein Kunde, ein Klient sich voll reinhängt in das Ganze, dass dieser Klient nicht erfolgreich ist. Das habe ich noch niemals erlebt. Alle, die sagen, ich gehe die extra meine, ich will wirklich 150% geben, weil ich genau weiß, dass von diesen 150% 30% Kompromisse sein werden, aber ich immer noch 20% mehr habe oder mehr gemacht habe als alle anderen und das ist diese Leuchtturm-Idee. Das ist das Herausstechen, darum ist dieser Podcast von dieser Person einfach mega cool. Deswegen macht der mega super Spaß. Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle in eigener Sache und ich freue mich wirklich riesig, denn ab sofort kannst du dich in die Personal Branding Masterclass einschreiben. Diese Masterclass richtet sich ganz speziell an Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich eine Eigenmarke, also eine Personal Brand aufbauen und mit einem residualen Einkommen, viele sagen auch passiven Einkommen, ihr Business skalieren wollen. Ich habe ein 9-Wochen-Programm entwickelt. In diesen 9 Wochen gehe ich jedem einzelnen Teilnehmer einmal die Woche so richtig auf die Nerven. Das heißt, es wird Einzel-Mentorings mit mir geben. Wir werden Live-Webinare zum Thema Podcasting haben, beispielsweise wir werden Arbeitsunterlagen und Checklisten haben, Ratgeber als E-Books. Es wird eine VIP-Facebook-Gruppe geben. Es gibt ein oder mehrere Masterclass-Online-Meetings. Bei mir ist einfach wichtig, dass die Leute, die in der Masterclass drin sind, quasi eine Peergroup bilden und dass ihr euch untereinander helfen könnt. Das ist extrem wichtig für uns Unternehmer, dass wir so eine Gemeinschaft haben, in der wir wachsen können. Wenn euch das Thema interessiert, geht bitte ins Internet unter markenrebell.de slash personal minus branding minus Masterclass. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt geht es weiter hier. Viel Spaß. Weil, und das ist auch nochmal eine interessante Frage, Thema Zielgruppe. Also wenn du einen Podcast hast oder du hast eine Brand, keinen Podcast, aber eine Marke, dann hast du ja eine extrem scharfe Vorstellung davon, wie deine Zielgruppe ausschaut. Also nicht nur auf der rationalen Ebene, also dieser berühmte Zielgruppen-Avatar, mein Avatar heißt Klaus, hat eine Brille auf, ist Vater von vier Kindern und so weiter. Also das wären jetzt so die rationalen Beschreibungen des Zielgruppen-Avatars, sondern ich meine vor allem auch die emotionalen Beschreibungen deines Zielgruppen-Avatars. Also was wünscht sich Klaus? Was sind seine Ziele? Was sind seine Träume? Was sind seine Ängste, seine Blockaden? Sodass du mit deinem Angebot da andocken kannst. Und ich bemerke oft bei Klienten, die bereits einen Podcast haben, dass sie ihre Zielgruppe verloren haben. Ich frage dann immer, wie sieht es denn aus? Beschreib mir mal deine Zielgruppe. Wen willst du denn echt erreichen? Und dann merken wir in dem Gespräch, dass es nicht mehr deckungsgleich ist. Und das ist oftmals, nicht immer, aber oftmals ein Indiz dafür zu sagen, oder das ist ein Indiz dafür, dass das Podcast-Geschäft beziehungsweise der Podcast oder auch, dass das Unternehmen nicht so gut funktionieren, funktioniert, was ist denn jetzt los? Mein Kopf. Wie es eigentlich funktionieren müsste. Das bedeutet, die Vorstellung von der eigenen Zielgruppe ist irgendwie nicht kontinuierlich hinterfragt worden, sondern das liegt irgendwie schon auch ein paar Jahre zurück. Aber das Angebot hat sich verändert. Das Angebot konzentriert sich eigentlich auf eine ganz andere Zielgruppe oder auf eine andere Teilzielgruppe als die, die man sich mal ursprünglich ausgedacht hat. Und diese Nicht-Deckungsgleichheit führt oft dazu, dass ich an der Zielgruppe in meinem Podcast vorbeirede. Ich habe irgendwie im Kopf, hey, das sind meine Produkte, die würde ich gerne verkaufen, die würde ich gerne anbieten. Und ich biete rund um dieses Thema Wert in meinem Podcast, aber ich spreche die ganze Zeit den Zielgruppen-Avatar von damals an, der diese Produkte aber gar nicht gebrauchen kann. Oder wo es Matching einfach nicht mehr da ist. Also wo der tatsächliche Bedarf nicht mehr groß genug ist. Und das wieder eine Empfehlung. Also gerade Personal Branding und Podcasting, das muss ich natürlich decken. Da muss ich natürlich dieselbe Zielgruppe ansprechen wollen, wie mit meiner Marke, mit meinem Unternehmen, mit meinen Produkten natürlich auch. Und das muss ich konsequent prüfen. Das ist wie TÜV, nur ein bisschen öfter. Also TÜV alle zwei Jahre. Vielleicht kann man das Thema halbjährlich checken. Wir leben in einer Zeit des digitalen Wandels. Es ist so krass, wie schnell sich alles bewegt. Da alle zwei Jahre eine Agentur anzurufen und sagen, ich brauche mal wieder so einen Strategie-Workshop. Das ist leider ganz schlecht. Kann man machen, muss man aber nicht. Darf man nicht. Würde ich von abraten. Ich würde wirklich schauen, im halben Jahr einmal so eine Reflexion zu machen. Und da bin ich auch fest davon überzeugt, alle guten Podcaster, die haben alle Mentoren und Coaches an ihrer Seite. Und wenn sie das nicht kontinuierlich haben, dann punktuell. Also auf Abruf. Und dann sagen die, hey Kollege, wir müssen mal so einen Tages-Workshop machen oder eine längere Session, wo wir einfach mal checken, bin ich noch auf meinem ursprünglichen Gleis? Also was oder hat sich irgendwie meine ganze Produkt-Range, mein ganzes Angebot in eine andere Richtung bewegt, als ich eigentlich meine Zielgruppe ansprechen wollte? Weil das hat ja Einfluss, muss man sich vorstellen, wie so ein roter Faden, Einfluss auf meine gesamten Vermarktungs- und unternehmensstrategischen Prozesse. Meine Vermarktung passt ja nicht mehr, wenn mein Produktportfolio in einer ganz anderen Richtung unterwegs ist, als meine Zielgruppe. Aber das erschließt sich nicht oft. Das ist oftmals ein Trugschluss. Ich glaube zu wissen, und da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen, wir haben es ja irgendwann mal festgelegt, wenn wir erreichen wollen. Wir haben das auch laminiert, also wir haben das haltbar gemacht. Aber unsere Produkte haben wir ständig weiterentwickelt. Warum? Weil einer unserer Werte Innovation ist. Wir innovieren ständig, wir entwickeln ständig unsere Produkte weiter. Aber wir haben irgendwie nicht mitbekommen, dass unsere Zielgruppe ein ganz anderes Kommunikationsverhalten mittlerweile hat. Unsere Zielgruppe ist jetzt voll auf Podcast oder voll auf Video und wir machen Podcast. Also das muss man miteinander gut verknüpfen und das muss man immer wieder überprüfen. Also das ist vor allen Dingen, was auch ein guter Tipp ist, was mir auch hilft, ist einfach mal einen Coach wechseln. Ja, einfach mal oder Mentor, je nachdem was ihr habt, einfach mal den reflektierenden wechseln, um wieder eine andere Perspektive zu kriegen. Empfehle ich übrigens auch bei Kreativagenturen. Hören die Agenturen jetzt nicht so gerne? Weiß ich. Ja, weiß ich. Aber vielleicht könnten die Agenturen ja mal auf die Idee kommen, einen Prozess zu entwickeln, womit ich wieder frische Gedanken, andere Perspektiven zulassen kann. Ich kann zum Beispiel innerhalb von einer Agentur das Team wechseln. Ja, also ganz neue Leute auf diesem Thema arbeiten lassen. Macht man jetzt in der Agentur auch nicht unbedingt so gern, weil das natürlich das bestehende Team so die ganzen Prozesse kennt. Ja, aber diesen Perspektivwechsel anzubieten und zu sagen, hey, lieber Kunde, wir begleiten dich seit fünf Jahren, hast du nicht mal Bock auf ein anderes Team bei uns, andere Leute? Wir sperren dir irgendwie in einem Workshop mit dir mal in einen Raum und dann gucken, was passiert. Ja, dann kann ja wieder das alte Team mit den bestehenden Prozessen und so weiter übernehmen, aber diese andere Perspektivwechsel ist unheimlich wichtig. Also darauf darf man einfach nicht verzichten. Der Podcast als Spiegel deiner Personal Brand. Vielleicht kannst du deinen Podcast oder dein Vorhaben, einen Podcast zu starten, unter diesem Aspekt einfach nochmal reflektieren. und auch im Umsetzungsprozess deines Podcasts oder im Aufbauprozess deines Podcasts zu überlegen, inwieweit spielt hier das Thema Personal Branding tatsächlich eine Rolle, inwieweit berücksichtige ich den Markenaufbau auch in dem Aufbau meines Podcasts. Weil oftmals geht es nur um Technologien, welche Hardware setze ich ein, wie schneide ich das Ding, wie optimiere ich meine Stimme, wie führe ich ein Interview, das sind alles so Sachen, das ist alles so, das sind alles Werkzeuge, das ist dein Werkzeugkoffer, der ist irgendwann gefüllt, du weißt, wie ein Hammer funktioniert, wie ein Schraubenschlüssel funktioniert, aber es hat noch nichts mit dem Thema Personal Branding zu tun. Also man kann auch Thema Podcast, man kann auch, wenn man jetzt nur das technische Wissen drauf kriegen will, dann kann man natürlich irgendwelche Online-Kurse buchen und sich das holen. Aber ich empfehle wirklich diesen Prozess wirklich intensiv zu machen, den Podcast ganz eng mit dem Thema Personal Branding oder überhaupt Markenbildung, also wenn es jetzt nicht an der Personal Brand aufgebaut werden soll, der Podcast, dann natürlich an der Corporate Brand, also an der Unternehmensmarke, aber diesen Prozess wirklich intensiv zu führen, führt unweigerlich zu Erfolg. Das ist eine Garantie, die ich jetzt hier ausspreche. Denn ein Podcast ohne Personal Branding, das vielleicht als Satz, vielleicht lasse ich mir das als Zitat schützen, keine Ahnung, der Podcast ohne Personal Branding-Strategie ist wie eine Bahnhofsdurchsage. Es ist interessant für den Moment, aber unwichtig, wenn die Durchsage durch ist. Wenn ich die gehört habe, danach ist sie für mich nicht mehr wertvoll. Und das ist genau der Punkt. Konzentriere ich mich nur auf die technische und formale Umsetzung des Podcasts, dann mache ich einen Podcast, aber dann werde ich nicht den Erfolg haben, den ich brauche, um meine Marke aufzubauen. Einfach mal wirken lassen und mir gerne Feedback geben. In diesem Sinne, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis dann. Tschau.